Ja, eigentlich ganz gut. Wir sind jetzt auf Platz 3 und würden natürlich gerne noch ein Ticken weiter höher stehen, aber wir haben noch eine komplette Rückrunde und hoffen dadurch ein bisschen weiter, um anzugreifen. Mein Tor, das ich beim SVB Wiesbaden in der Regionalliga geschossen habe, war dann zur Wahl bei der Todesmonatsshow ARD Tradala. Das war so mein Höhepunkt. Keine Ahnung, ich würde gerne aufschlagen jetzt hier mit SVB Wiesbaden. Viel Glück. Und vielleicht das, was er auch noch von Wuppermas hat. Gute Spiele einfach. Bisschen spannende Spiele, nicht so langweilige Vorbereitungsspiele. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020